Ich hoffe, Sie haben sich gut eingelebt. Hauptsache wir drei sind zusammen. Wie spät ist es, Mr. Wolf? Drei Uhr. Wie spät ist es, Mr. Wolf? Ein Uhr. Wie spät ist es, Mr. Wolf? Eddie? Wieso wohnt schon wieder in dem Haus ein junges Paar, nachdem was mit den Hauls geschehen ist? Haben Sie Dinge gesehen in Ihrem Haus? Sprecht ihr über die Stimmen? Was hast du gehört? Sie muss sich irren. Vor vielen, vielen Jahren folgerten Mönche eine Frau. Er vergiftet die Köpfe der Menschen mit Aberglauben, verstehst du? Betsy! Verlassen Sie dieses Haus, bevor es zu spät ist. Lannis! Marianne? Allein wegen ihrer Tochter. Sei still! Dieses Haus ist verflucht. Eddie? Eddie? Anne? D interconnect! D Abu! D Åh! D pię! D work! D ней! Hsii! Untertitelung des ZDF, 2020